Kommen zu den Sommerspielen! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Rokoti! Wir spielen heute Overwatch und ich gebe ab zum Trainer Madin! Wir müssen jetzt eine Siegesserie von drei perfekt machen, ja okay? Mit dem Schulkanu zu paddeln, das ist paddeln im eigenen Spiel! Ja! Alles das nicht! Sorry, dass du deine Ansage nicht vollständig machen konntest! Perfekte Motivation! Ich bin der geborene Trainer! Ja, du bist ein richtiger Trainer! Roller wäre eine Eistonne! Lauter! Lauter! Ich gehe wieder ins Tor, Kai! Wechsel! TW, ne? Oder wie hat man früher auf dem Schulhof gesagt? TW, ne? TW, Torwartwechsel! TW, T, was? Nix was! Aua, gleich mal! Juuu, ist raus! Anzeige ist raus! Anzeige ist raus! Digge! Digge! Ferde her! Anzeige! Ey! Oh, was war das? Ich dachte, den Puppert mussten die Prügel rausgeschwüßt werden! Ne, der war fies, war der! Guck dir an, der! Der Ball! Faut euch! Da! In den Winkel! Ja, das war ne miese Nummer! Miese Nummer! Hier, wir wechseln! TW! 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 Das sind eindeutig Hater! Oh, das hätte ein Tor sein können! Müssen, sollen! Hier wird's gleich laut! Ja, das ist episch! Wie... Wie... Wie ruhig den Kommentator! Oh! Ich glaube... Nee! Boah! Knapp, knapp daneben! Gehalten! Oder so! Alle mal wieder mit dem Schulkanu hier! Das ist... Alle Regler auf Anschlag! Hat letztes Mal auch funktioniert! Oh! Ah, diesmal nicht! Fuck, ich bin nicht gesprungen! Gehalten! Wie der kommt! Nein! Nein! Ja, los! Rein damit! Ja, nein! Oh, ey! Ja, nein, doch! Oh! Nee, andersrum! Nein, doch! Oh! Warum ist eigentlich keiner vorne? Brauchen wir so'n Stürmer? Eigentlich! Oh! Der war auch in der Latte, war der! Oh! Kai! Kai! Reingepaddelt! Das Ding! Hammerschuss, Junge! Da bin ich förmlich reingerudert! Guck mal! Jetzt! Da gab's noch einen Paddel drauf! Habe ich... Habe ich genommen! Habe ich gesehen und verwandelt! Das ist einfach nur am guten Trainer! Ich sag dir! Ja! Ich glaube erst hinten! Ja, okay! Ich geh schon nach vorne! Lauter! Yeah! Okay, wir wechseln Kai! Wir wechseln! Wechsel! TW! 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 Hau den weg! So! Oh! Überbande zu Madi! Oh! Traumpass! Ah! Dreck! Dreck! So ein angespanntes Spiel! Ich liebe solche Spiele! Oh! Ja! 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 Der ist drin! Ja! War klar! Ich hab noch geblockt! Ja! Ich hab den geblockt! Oh! Coole Kameraperspektive! Ja! 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 Ich hab das jetzt aufgerechnet! Ach wirklich! Er war nur fast! Der wär fast drin! Los! Haben wir eigentlich gesagt, welches Team wir sind? Oh! Wer hat den denn abgefälscht! Wer hat den denn abgefälscht? Ne, das war die Ulti! so als ob wir jetzt noch verlieren jungs verlieren dich aber trotzdem wer der abgefälscht stimmt der war ein der war bei uns im tor okay pass auf der selbe stadt ich kann einfach bei den ins tor und passen jetzt echt 3 3 ich glaube dass ich rein boxe ich ihn aufs tor der kommt auf unser tor vorsicht ne der kommt nach vorne wieder scheiße hat er gehalten der schritt mit einem tor sicheres tor gehalten gehalten nicht gehalten vorsicht einer ist noch bei uns im tor müsst ihr aufpassen ja wieder so pissa so eine kleine kleine das doch viel ist jetzt ehrlich das gibt es dann macht da kannst du nix machen gar nichts davon sehr forschen für die ulti gejustt ja auch von wie weit weg ja man wenn einfach ins in seine richtung ändert da machst du nix gleich gehalten ja mann nein okay ich geh jetzt bei denen zwar rein jetzt wird es richtig und muss ich halt so zwischen ball und tor stellen der jungs will liegen hinten ne ja deswegen ist das echt anstrengend so mal gesagt haben man jetzt paddelt mal wieder ja ich würde sagen ja das mal rausgeschmissen er hat versagt der hat versagt komplett ausreicht mit mann hier wieder wechsel aber die brühe rausschmeißen trainer wechsel trainer wechsel fertig aus ab jetzt ist kalt trainer ich wünsche kalt ich wünsche kalt ich wünsche kalt jetzt gibt es was auf die ohren jetzt gibt es was auf die ohren wir können es auch schaffen wir können es noch nicht wir hätten eine ulti dann können wir schaffen jetzt gibt es was auf die ohren genau und nicht aufgeben jungs wer ist da vorne ja ich komme nicht an ja immerhin immerhin zwei in folge gewonnen ist wahrscheinlich die ulti gewesen oder na da ist die ulti da rennt er schon ganz dreckig ins tor hinten rein jetzt wird es massiv wow 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 skill 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 echte highlight ja einfach episch ja einfach episch ich meine alle haben gewartet ja vom gegner hat auch einer von uns gewartet haben wir schlecht jawohl oh dreimal gold so muss das alles klar dann danke fürs zuschauen lass doch eine bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten mal haut rein tschau 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 tschau